Einen wunderschönen guten Morgen. Die Make-up Yoink, die feierte im letzten Herbst ihr 10-jähriges Bestehen. Und auf dem iPhone und auf dem iPad, da ist sie immerhin schon 4,5 Jahre alt. Ich erwähne die Software aus Österreich hierbei laibe nicht zum ersten und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Das temporäre Ablegen von Dateien, auf das sich Yoink spezialisiert hat, das ist auf allen Plattformen ein echter Mehrwert.